Yo, servus Leute, was geht ab? Herzlich willkommen, ich glaub zu dem 13. oder 14. Teil, keine Ahnung. Wird dann im Titel richtigstehen, Road to Commander. Ja, erstmal direkt zwei Assists bekommen, stabil. Angesagt ist die Map Highrise, Team Deathmatch. Spiel wieder mit denselben wie aus der letzten Folge. Fuck. oh hier war doch eben noch einer oh shit alter triple estma auf komm zeig dich ich blick grad nicht so ganz durch bei den spawns ey okay hop ein herrier ja mir fehlt noch ein kill aber ja okay jetzt herrier hat die ganze nichts gemacht nuke wird sowieso nicht weil es high res ist wie soll ich denn da was erreichen ja ich hab aber ac dabei ich hab ja noch keinen shop alle bei c ganz hinten drin drei stück sind vier stück sind bei c ganz hinten drin alter oh mein gott wenn ich da rein schießen kann ja hab ich ja gesagt mir fehlen halt noch so viele zur nuke ey scheiß team deathmatch und scheiß ac oder auf high res zumindest ich mach keine kills und ich sehe auch keine ich bin geblendet ey ey ich wurde ich wurde mit nem smog kurz vor nuke getötet ich weiß zwar nicht wie viel davor ja und ich war kurz vor nuke und werd von smog gekillt alter so ein lappen der tüge ja für die farmers hab ich jetzt schon fast alles freigeschaltet und 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 ja das ist echt ein stabiler name also meine höchste abschusssehre bei meinem alten account war 55 glaube ich oder 57 irgendwie sowas ich glaub das krieg ich nett hin ey ich hatte die hohe ähm streak hatte ich bei skidrow herrschaft mit dem chopper gunner alter kannst dir ja vorstellen was da los war alle bei arga spawn ich hab einfach nur nach unten gehalten das ging richtig ab alter ich weiß genau ob ich das mal hochgeladen hatte ah ne stimmt das war ja bei terminal herrschaft war das das war ein krasser spawn ja oh man fail 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 du kannst mich nicht so am längsten zusammen aufnehmen gehen nicht so rumschreit ah und der funky 2 ah und der funky 2 ah du bist Junge ja du bist ja du bist du bist du bist du bist du bist Ich glaub die werden bei C gespawnt. Mit der Pille. Ey, sie werden hinter mir gespawnt. Oh mein Gott, es ist so unfair, Alter. Oh, erst wieder 10.000 Leute mit Pille, wo ich mir wieder die ganze Farmer-Slay mache. Hand der Funky, Alter, ich hab jetzt schon keine Lust mehr. Ja, Hitmarke und er knatzt mich da um, Alter, mit seiner Snipe. Hand der Funky, Alter, der kann doch was anderes aussetzen, ne? Oh, oh wei, oh wei, Alter. 10 zu 6, ich glaub, das ist jetzt meine schlechteste Runde. Sniper mit Claymore. Ey, so viel Team-Mates und keiner kann ihn töten, ey. Das ist doch echt ein Witz, ey. Steht da alle, ne? Drei Leute und keine Sieden, ey. Ey, Doppel-Assist, ey. Jeder hat Pille. Ja, 8 Assists hab ich jetzt schon. 1 vor Moab ist Murky. Das war auch krass, ne Moab und ne New Gear. Oh, Voted. Ich hasse die Map. Was hatte ich denn für einen End-Score, Alter? Ach, scheiß, Alter. 15 zu 7, ey. Och, nee. So ein Scheiß-Gerl, Alter. Der eine heißt Itzfett, Alter. Ja. Maus-Add-Fäkel, Alter. Oh, Mann. Wie hab ich am Anfang gehiesen, Erik? Lichtvogel 5, gell? Äh, Lichtheißvogel. Ja, okay. Das ist scheiße. Sonst hätte ich gesagt, Lichtvogel geht ja noch, aber... Okay, Lichtheißvogel ist echt für eine Arsch. Okay. Aufvoltet mal, bitte. Ich hab keinen Bock auf die Map. Wenn die drankommt, mach ich jetzt schon Schluss. Ja, endlich. Ja, nee. Ich mach ja pro Part, mach ich ja 3 oder 4 Folgen. Also 3 oder 4 Runden, in der nächste Zeit. Okay. Ich hab auch noch ein 100... 101 zu 10 mit Double Nuke. Auch in dem Wett 2, aber mal gucken, wann ich das hochlade. 3, 2, 1 und ab geht's. Ja, morgen kommt dann nochmal ein Black Ops 1 für die Blaisdlichen 3. Das werd ich morgen auch ein bisschen spielen, ne? Auch wieder vom Vornanfang, ne? Oh. Was heißt auch? Ich hab dir jetzt nochmal Black Ops 1 geholt. Weil's gut ist. Ne, ernsthaft. Ich find Black Ops 1 ist echt gut, ne? Oh ja, auf Xbox muss ich mich ja dann auch nochmal hochleveln. In jedem COD. Ich hätt mir auch nicht mit 2 einfach in der Hacker-Lobby suchen können. Oh, schau jemanden. Ja, ist doch nicht schlimm. Was ist denn daran so schlimm? Ich hab mich ja schon mal hochgelevelt. Du nimmst grad auf. Erik, so ein Lappen, ne? Oh ne, lieber Road to Commander. Und an einem anderen COD wollte ich's ja nicht machen. Ja, rote Drohne hat er gesagt. Ne, er hat gesagt rote Drohne. Mein Aim ist schon wieder so Crank-Shit. Ne, ist richtig gay, mein Aim. Ich hör doch hier. Ey, es leckt. Er springt durch die Luft. Ich treff ihn nicht und dann killt er mich, Alter. Ist doch echt ein Witz. Entweder hat er geleckt. Oder ich. Oder wir beide. Oh Mann, Alter. Ich will wieder einen sinnlosen Tod dazubekommen. Ich hör hier schon wieder so viele rumlaufen. Alter, wie schnell ich den grad getroppt hab. Oh Mann, wie der Spaß zwölf. Da waren voll viele. Drei Leute. Hätte ich nur nur Semtex hingeschmissen. Boah, wieder Spaß zwölf. Meine Güte. Keine Chance. Boah, fast wieder. Ja, Claymore legt er auch noch. Ja, ich bin drösend. Ich bin drösend. Ich bin drösend. Ich bin drösend. Ja, jetzt haben sie Drohne. Oh, ich sterb kurz vor AC. Alter, ich hab so ein Pech, gell? Oh, ich hab immer noch keinen in die Hook, ey. Das gibt's echt noch nicht. Ja. Ja, das war der Eich. Das war der Eich. Das war der Eich, der Eich. Ach du Scheiße, Alter, ein Magazin für zwei Gegner. Jetzt ein Magazin für einen Gegner, Alter, weil da alle Pille drin haben. Da kommt der Funky. Äh, Alter, wie gut da ist, doch. Ist ja ne Funky-Sharrier, für den jetzt ist es dran. Wieder einer mit Pille, der mir jetzt gleich entgegenkommt. Oh Gott, da ist ein Parrier, aber ich kann ja eh keine Nuke mehr bekommen. Oh Gott. So, Endscore. So, 28,7. Ich hoffe euch hat der, ich glaube jetzt, ja, 14 der Teil. Ich hoffe euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst einen Kommentar da und jo, dann bin ich weg. Also haut rein, Jungs. Servus. Ich hoffe euch. Untertitelung des ZDF, 2020